So, ein herzliches Willkommen wieder mit uns beiden, Luki und Rock. Hallo, Luki. Hallo, ich bin ja hier. Letzte Folge war ja episch diesen Troll noch vernichtet. Ja, wir waren eigentlich auf dem Weg in den Dunkelwald und wollten mal gucken, ob wir noch mehr Erz finden, oder? Aber leider irgendwie sehr wenig Erz, aber dafür ein Troll. Ich will schon kurz mit der Spitzhacke abbauen. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Danke. Tut mir leid. Hier wird es ganz schön dunkel. Ich will nicht in den Wald, wenn es dunkel ist. Ich aber. Ich habe Angst, Ruki. Nimm meine Hand. Die Starke. Oh, hier ist eine Hütte. Ja, komm, dann bau die mal ab. Dann zeig mir das mal. Ich will dann retten. Dann. Hier ist auch nichts drin, glaube ich. Nee. Hier ist nichts drin. Hm. Nee, nee. Das wird schon was falsch sein dabei. Scheelette outside the building. Easy. Wart mal kurz. Kann ich da jetzt mal kurz... Hast du ein paar Steine für mich gerade? Ja. Warte, Steine. Nein. Habe ich keine. Okay. Wenn man beide wahrscheinlich abdeckt einfach. Weißt du was? Okay. Okay, gehen wir mal runter hier, ein bisschen da oben beim Haus, oder? Ja, aber ich habe es fast abgebaut. Ah, die Goblin treffen mich wieder. Ich bin hier schön beim Grillen. Ja, da kommen... Alter, uch. Lauft ins Feuer. Ihr Wesen der Dunkelheit. Ah, ich habe keinen Ausdauer. Hier haben wir aber ein bisschen Angst vor dem Feuer. Scheint mir. Autsch. Das hat weh. Hm. Sind die schon viel? Oh, ich habe jetzt so viel dabei. Es gibt es ja nicht. Ich bin noch mal was draufgehängt. Hm. Komm, werd fertig. Gleich. Ich. Ruki, du schaust wieder so traurig rein. Nein. Nein. Hm. Ich häng dir danach auch noch einen Schwanz hin. Vorne. Ruki. Siehst du das? Jetzt da. Da vorne. Holst du ja. Ne. Hier ist Kupfer. Ach so. Sicher? Jo. Steht Kupfer dabei. Steht Kupfer dabei. Ich kann mich schwer irren. Wo steht das? Da. Bei dem Stein. Ja, den brauchen wir. Let's go. Hatten wir eben auch Kupfer? Oder war das was anderes? Weiß ich gar nicht. Wir brauchen noch. Ja, ich glaube das war auch Kupfer. Ich glaube wir brauchen mal so eine Zinnader oder so. Kann das sein? Glaube ich auch irgendwie. Ich glaube die steht bei INS irgendwo. Und dass das ja erst das Next Leveliger ist. Weil das ist ja alles nur Stufe 1 Equipment. Ich höre wieder Gegner. Irgendwo. Ich muss kurze Ausdauer tanken. Die gehen neben uns. Mit Schamane. Oh. Mit Sherman. Mit Sherman. Panzern. Sherman. Ja, aber die gehen wirklich ans Feuer. Ah, meine Verteidigung ist durch. Ah, 9 Kupfer. Ich habe einen Schamanenkopf bekommen das erste Mal. Hm. Was soll man hier? Äh, warte mal. Ich setze mal einen Mark hier auf jeden Fall. Äh, habe ich jetzt genug dafür? Nein. Ah. Okay. Hier. Was warst du? Bisschen Licht. Mhm. Was wolltest du denn bauen? Nichts. Nichts. Nur hier dann ist die Mine auch markiert. Und ich brauche halt, äh, die Werkbank, dass ich die Fackeln platzieren kann. So. Ich reiß mal noch oben das Gebäude da ab. Hm. Guck mal, ob das geht. schön hals hacken mitten im düsterwald oh mein gott ich habe hier so ein ich habe ein boss an mir ok fäll am baum sofort was ich habe ein boss hinter mir ich habe was bekommen nur material irgendwas freigeschaltet habe ich alles bekommen lassen erstmal den kill ouch bin tot oh ja viel spaß ok was sind 30 sekunden world safe in 30 sekunden was auch immer das heißt ich warte auf sich ne ich kippe ja ich hoffe ich finde da jetzt so schnell wie möglich hin tag 18 geht es noch ja noch holy moly 17 leben nämlich einmal wichtig oder soll ich lieber auch die worten noch komm ruhig kann nur da sein ok die gerade drauf zu geht gerade die sonne auf ich habe keine ausdauer da unten sehe ich sehe die flammen ich bin tot genau wenn ich dort bin jetzt haut er ab ist dein ernst so ich warte hier auf dich oder ich bin auf dem weg währenddessen kann ich ja ein bisschen bauen hier ach das sind die neue bauoptionen ich bin tot hier ist auch noch körper hier ist noch körper ok dann haben wir ja genug ich habe jemanden hinter mir bist du schon da ja ok ich sehe dich ich mache kaum schaden ok nimm bleib doch da ja und dann schmeißt du einen stein ist ja ein sehr mutiger leil ok ok und dann Handwerk hat nicht genügend Platz. Hä? Hm 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 Wieso kann ich das jetzt nicht weg? Nicht so schwer? Tatsache. Hm. Ich brauche mal hier ein kleines Haus hin. Das muss nicht schön sein. Nur zweckmäßig. Kann man schon an der Bench die Tools reparieren? Ich hoffe. Geht's? Oder ist noch zu... Geht's? Perfekto. Ich kann auch einen Speer bauen. Inventar ist voll. Ja, GG. Hm. Wie ist der Speer? So? Okay. Was für ein Speer? Das ist ein normaler Speer. Der erste, den man bauen kann. Hm. Hm. Und Stem werfen? Äh, hab ich noch nicht ausprobiert. Wie kann das dieses Haus stehen? Hehehe. Mach die. Jetzt fällt's auch auseinander langsam. Wie kann das denn sein? Wieder einen hin. Oh, ich bin überladen. Bist du oben beim Haus noch, oder? Ja. Komm mal. Ja, ich hab keine Ausdauer. Ich muss unbedingt was essen. Geil. Ich bauch der Speer. Ähm. Boah, weiß ich gar nicht mehr. Aber guck mal, das Haus ist weg. Ich hab nix bekommen, ne? Weiß ich nicht. Nicht so der Burner. Holz? Das können wir jetzt eigentlich bauen. Neues. Stützen haben wir neuer. Christmas Tree kann man bauen. Ja, das ist ein. Sitzblock. Geil. Münzsack. Cointal Raft. Konnten wir schon vorher. Ja, Hammer. Stakes. Was sind das? Ach so, Stacheln. So als Verteidigung. Kannst du so in den Boden rammen. Geil. Unter Crafting nix. Und unter Building. Hm. So richtige Holzblöcke, ne? Kannst du setzen jetzt. Ja. Wofür auch immer. Hast du ein bisschen Harz zufällig? Oh, stimmt. Warte mal. Ja. Hier, dropp ich dir. Danke. Oh. Bin ich gleich traurig. Oh, nein. Ja, aber da waren jetzt noch nicht die Ressourcen dabei, die wir brauchen, oder? Nicht wirklich, nein. Ach, Kupfer. Ja. Dass wir jetzt keine Schmelze brauchen können, ist irgendwie doof. Ich glaube, wir brauchen Zinn. Ich glaube, wir brauchen Zinn. Und Zinn vorkommen finden. Denk ich jetzt mal. Guck dir mal im Inventar so schwer. Nicht so viel Holz. Hm. Hm. Wenn wir auf jeden Fall das Kupfer mal nach Hause bringen. Und dann können wir mal vielleicht noch in eine andere Richtung. Und gucken, ob da nichts hin wäre. Also, weil du ja meintest, das Kupfer ist schon hochleveliger, ne? Ja, glaub schon. Dann ist der Rabe, aber auch nicht da hinführt, ne? Der Böse. Okay, gehen wir mal nach Hause. Und schauen wir mal. Ja, gehen wir mal in die Richtung. Da ist noch was unentdeckt. Ich glaube, da oben waren noch Bär, wo ich kam. Knapst dir, Luki. Knapst dir. Ah, ist noch ein Turm. Ah, das ist der Turm, wo wir schon einmal waren. Unter der Treppe ist eine Kiste. Mhm, ja. Leider ohne Kohle, Ruki. Leider. Okay. Wir sind auch schon so gut wie wieder zu Hause. Perfekt. Ich habe keine Ausdauer. Ey, super. Nein. Oder? Was ist denn das für ein Hügel hier? Ich dachte das Map, doch, unser Chaos ist gleich da vorne. Ah, unsere Schweinefarm, die Schweinebauern. Schon süß. Guck mal kurz nach dem Honig, dann komm ich. Leggy? Oha, war da viel Honig drin. Okay. Ich hab sieben Honig geerntet. Huf. Was ist das hier? Trollleder. Münzen. Die Dinger. Da weiß ich noch nicht genau, was die sind. Da sind Werkzeuge drin. Hier pack ich mal das Kupfer rein. Die müssen ja noch beschriften, ey. Hier Knochen. Federn. Federn. Hier werden die Federn. Kann ich jetzt? Ups. Brauch ich denn? Ist wieder so weit, Loki. Ach nö, oder? Schon wieder, Leute. Schon wieder eine Folge vorbei. Ja dann, Roki. Sag ich tschau. Und du? Ich sag auch tschau. Bis zur nächsten Folge. 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 S clear. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächstenisoes frågor. Vielen Dank.